Creeper 2 Creeper Ganz leichte Lags heute Es ist nicht so schlimm wie es ist Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Turo 3 Folge 5 mit Alex Servus Die Mumu ist am Start und wir schauen in 3, 2, 1 Unknown Host jawoll Ja moin Also ich bin schon drauf Ja ich auch Ich hab keine Ahnung wo ich rum eier ne Achso ich wurde ja von einer Bitch verfolgt ne Echt? Dann hab ich dann eingebaut Ja Jetzt ist Rick in the Rear ich gerade Hansen Nice Yo Suri Moe zu dir oder Kannst du tun gerne Ja Bist du die Höhle entlang? Du rollst immer noch Dias Ich bin bei 850 und minus 250 Wie ist denn alles? Bist du du hast du Gänge baut? Ja ja Weißt doch ich bau gerne Gänge 850 und was? 250 Minus 250 Minus 250 natürlich Ich renne genau in die falsche Richtung Das gibt's doch eigentlich man wie viel sollen wir denn noch farmen bis wir endlich mal wieder Dias finden das sind ja alles Caves Aber absolut keine Dias Aber absolut keine Dias Aber absolut keine Dias Was ist denn das? Keine Ahnung Du hast halt das Glück in Turo merkste? Ja bis jetzt schon oder? Ja bis jetzt schon oder? Dagegen machen Dagegen machen Und schon wieder eine riesen Lavasee Ich lösche die alle aus Der Dias Du? Du? Ja Toll Ich hab ne Ich hab ne Ich hab ne Hab ich oder hab ich nicht? Keine Ahnung So nen Minengang weißt du? Ah Ja Ja Was ist denn das? Doch ich hab Nein ich hab nicht Keine Ahnung Ich weiß es nicht Das ist auf jeden Fall ein Gift Spinn Spawner Oh Aber ich bin zu weit weg von dir Schau den ab Ich bau mich langsam Strip Mining Mäßig zu dir Wir haben auf jeden Fall Können wir jede Menge Bögen machen Nice Hey das ist auf jeden Fall durch Schau auf die Ruhe Bitte belohnen sein Bitte belohnen sein Jaaaaa Alex wir haben hier Potion Geil Das ist immer was gutes Ja ne? Creeper Das ist dein Ding Zwei Creeper Jaa ganz leichte Lacks wie heute Minimal oder was? Ne Es ist nicht so schlimm wie sonst Aber Aber alles so gut Ja hier war ein safe schon jemand wo ich bin Hm Alter wie viel ist das? Hier steht ein Crafting Table Hier war schon jemand Alex? Oh ein Creeper Das gibt's ja nicht Hier war drauf zu tun ja genau Jemand Hast du einen Creeper gell? Ne Ne? Ne Alter Alter wie sollen die hier anfingen Mich? Ja du bist ja irgendwo 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 Jetzt bin ich schon 850 fast War eher der Richtung Ich weiß nicht Creeper Moin Ich muss wieder zurück zu meinem Lavasee Hier war auf jeden Fall schon jemand Ok Ja Ich weiß halt noch nicht wer ne Da war wahrscheinlich so ein kleiner Hacker Keine Ahnung ich weiß bis jetzt noch ein Team Dears Echt? Jo Farmer Schnüre ne Ja mach das Ich baue mich grad so richtig random und find Dears So ich mich lang baue ich baue hier grade äh Das Spinnennetz von den ganzen Spinnenspawnern ab Ich bin die ganze Zeit cool mit dem Ja dann wollte ich einfach weiter zu mir Wenn du weiter Dears findest ist doch gut Weiter zu mir baue und strip mal Ja ich baue da zu dir bin schon fast bei 850 Oh wieviel Spinn du hast? Hahaha Echt? Jo Ja läuft doch Hä? Wenn du mal vorgesehen würdest Ich baue das so richtig random und find Dears Boah ich lag wieder Ey was mein Internet soll angeblich wieder besser gehen haben die gesagt Ja angeblich Ja der Speedtest hat das auch gesagt aber Ich hab den Speedtest nur in der Früh gemacht jetzt ist es am Abend Ich hab nicht erwartet dass ich neben Dears gleich so circa 10 Blöcke weit weg wieder Dears anfinde Ich geh manchmal schneller als du denkst Mhm Auf jeden Fall da wo ich hergekommen bin waren die noch nicht also kann ich hier nochmal kurz weiter kundschaften Minus 250 gell? Ja Oh Höhle ich bin im Schacht Was bist du? Im Minenschacht Echt? Ja Bist du in dem wo ich bin? Ja Ja Darum bist du Siehst du mich? Ich glaube nicht so wie du immer guckst siehst du mich eh nicht Nee ich bin auf Diamanten suchen Ja ok Oder müssen wir irgendwas machen? Ja Ja Diamanten finden Ok Soll man schon irgendwas braten? Ja braten können wir eigentlich Das gucken von wo ich gekommen bin Nein Doch Oder Hacker Geile Scheiße Ey ich hab 28 Diamanten Wow ich hab 12 also kommst du zu mir hier können wir braten Oder ich komm zu dir Ja ich bin da unterhalb wo du mich gesehen hast Geh dich nicht mehr in Sneak mal bitte Ein bisschen weiter rechts irgendwo im Baum Finja Ja Geh dich nicht mehr Ja ich bin da nicht im Gang Ich bin unterhalb wo im Gang Höhe 11 Ja da müsste ich dich trotzdem sehen ja oder? Alter Zombie fack mich nicht ab Soll ich da zurück gehen wo ich war? Wär vielleicht nicht verkehrt Hey ich hab äh noch Ich hab in einen Spinnangang eigentlich Aber wir müssen hier trotzdem bevor wir hier irgendwas machen Ne trotzdem weg Also wenn wir jetzt hier Melonen anbauen oder sowas weißt du Ja Siehst du mich? Hm? Siehst du mich? Ne ich schau aber sogar gar nicht ob wir das tun Komm dir entgegen Siehst du mich? Ja Ok Ah genau der letzte Hit Ach Dias Ne Verarschen alter Schon wieder random hinbaut Irgendwie hab ich halt ein gutes Gefühl bei der Sache Gut ich sammle ich fahr mir die ganze Zeit Gold Du kommst hier Das geht nach dem Plan ne Ja gut wenn du hier kannst Ich hab noch eine Truhe Seht ihr die hier drinnen? Ah nur Redstone Ich sollte mich langsam eine Schaufel machen Mich scherz nicht Wir haben aber Melonen gell? Weiter Ja Wir haben weitere Melonen Maa das war kein großes Spot Das Leben geht weiter Das Leben geht weiter Ja Jo wenn man es den eigenen Gang wieder anfindet Hey Steve guck mal zu mir Rühr mal Will was krank Ja der sieht gerade nur mein Inventar aus Was ich davon nicht schau Knapp fast gestorben Siehst du mich nicht? Dias Steve du musst mir helfen Da ist Lava und Dias Da bin ich schon dreimal gestorben bei UHC Ja das schaffst du alles Nee ich schaff ihn nicht Auch am Dias Hier ist nämlich auch die Cave wo wir sind Da hat nämlich noch niemand gelootet Die ist auf Höhe 11 Und das heißt hier gibt es jede Menge Irgendwiegen Scheiß You know? Ja Hey Steve du musst mir helfen Komm doch schon Ich fahr mal hier das ganze Gold ab Weil wir das brauchen Na ich will nicht dass die Diamanten verbrennen Das wäre echt schade Achso das kannst du nicht oder was? Nee das kann ich nicht Nee das kann ich nicht Das ist ähh Fastsaving Nee kann ich nicht Vor allem nicht mit den Legs Ich sehe nicht einmal mein Wasser Ich komme Nein Ja das ist verleckt Das ist jetzt nicht UAH Steve? Ja ich komme doch schon Digi Kein Stress hier Ich laufe immer zu irgendeinen anderen Seiten Gang Wo du nicht bist Ich bin mit Granit zu Oh Oh Ich bin mit der Lava irgendwo wo du bist Ja Warum baust du mit Granit zu wenn ich hinter dir bin Warte ich mal Ich bin mit dem da vor ist Wissen du Da Hallo Steve Vorsicht Alex Lass mich doch nicht da durch Aber da ist Lava unterhalb Steve Kurz Habe ich noch einen Wassereimer für mich? Ja halb zwei Stück Fuck Alex Alex Ja Danke Ich baue den hier ab Warte doch mal Ich baue was noch So gut Achso Oder so Hast du zwei Wassereimer gehabt? Ja Gibst du mir einen? Ja Thank you Hier Nimmst du dir mit? Ja Hier ist doch ein kompletter Lavasee Junge Ja ich weiß Da überall ist Lava Ist aufpassen Farms Machst du mal bitte Achso du hast Öfen schon an Hey hab ich kein Gold gehabt Na das habe ich reingetan Guck mal da rein Guck mal den Ofen hier unten Guckst du Guckst du die Menge an Gold? Ja brutal Mach Soll ich mal dir Sachen craften? Ja Willst du das machen? Ne mach du mal Boah warte ich habe eh auch ein Goldwünsch Er ist lecker Warum? Wirst du sie mir her? Abo Ja Wie viel Holz hast du noch Alec? Viel zu viel Mach mal bitte zwei Drohnen Mach die mal hinten drüber Ich habe dir jetzt immer ein Stack zugewerfen Ich fülle sie für Wurz Na ist lecker zu früh Ich kann gar nichts machen Hey warum denn? Es liegt fix an den Öfen Wie sagst du? In Öfen Ja das ergibt so keinen Sinn aber Drei Minuten Jetzt geht die Leute Nehmen wir alles was wir brauchen nehme ich mal mit Brauchst du hier rum? Ja Ja Also ich war höhere Elfen Möchtest du was sagen Alec? Was denn? Sind beide Full I Echt? Kommst du her? Ja 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 Findet ihr Danke sehr Und beide Full D in einer Folge Junge wir waren letzte Folge nicht mal Hafti Das stimmt Äh stellst du mal Zaubertäne auf? Ja War noch schnell der Anpass Bisschen lecken tut es Das ist Das ist Das ist Standard bei dir Jo Die letzten drei Tage schon Ja Schau mal Wir haben Zuckerrohr Haben wir noch Wollen wir Zuckerrohr noch anbauen? Ja Machen wir mal oder? He he Den falschen Ding erwischt Fire Aspect ist verboten Ja Ja Ey ich krieg auf keinen einzigen Stall was Gutes Alles klar Steve verzauber ich auf Eisenschwerter oder auf? Auf Eisen Wir haben keine Diasme Ok Hä? Alter Schwede Eine Minute ne? Jo Machst du mal bitte ne Fackel? Nee Nicht? Ok Haben wir überhaupt noch Dings? Hm? Ähm Kohle? Ja Ja in irgendeine Dinge ne Ey das gibt's nicht Ich hab keine Kohle mehr Ich hab keine Kohle mehr Ich hab keine Kohle mehr 30 Sekunden pass auf ne? Ja Warte mal wie machen wir Ich mach mal High Wollen wir High jetzt schauen? Ey das gibt's nicht Bau ab Bau ab Geh weg 20 Sekunden Ich hab jetzt ein Schwert mit Unbreaking Nehmen wir unser ganzes Öfen mit Ich guck mal in die Truhe ob da noch was Unvolles drin ist Alex Alex Jawohl Bist du behindert? Was denn? Wieso hast du mich angezündet? Nee das muss die Lava gewesen sein Hast du Lava gesetzt? Nee das war das Feuer auf einmal unter dir gewesen Ich hab nichts gemacht Alex Das ist wenn die Workbench auf Obsidian steht Dann brennts irgendwann Das hab ich halt schon Das haben wir letztens auch schon einmal gehabt Gut Leute das war's mit der Folge Haut rein Und tschüss Tschüss Danke fürs Zuschauen Wenn euch die Folge gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Vergesst nicht zu abonnieren Falls ihr nichts überpassen wollt Und bis zum nächsten Mal Tschau tschau Bye Bye